Ich bin Ramadan Isseni. Heute bestreite ich meinen 12. Profikampf. Es geht um den WBCU Silvertitel. Mein Gegner kommt aus Malta. Also mein wichtigster Kampf in meiner Karriere. Zuerst kommst du in die Garderobe rein. Dann beginnst du dich langsam zu passagieren. Nachdem beginnst du dich aufwärmen. Dann kommen die Händchen und das Pratschen. Ich bin ein Tor. Also in den letzten 10 Minuten gehe ich in mich. Ich bin fokussiert. Der Kampf ist ein sehr wichtiger Wahlmastetitel. Das war's. 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 Das war's.